So, im letzten Clip haben wir diese Anfrage entwickelt, die zum Schluss dann doch ziemlich unübersichtlich geworden ist. Die Frage ist also, wie wir das etwas vereinfachen können. Dafür machen wir uns zunutze, dass man Buchstaben zusammenfassen, also gruppieren kann. Und diese Gruppierungen erfolgen auf zwei unterschiedliche Arten. Denn Buchstaben können einerseits Alternativen auf einer bestimmten Position sein oder aber eine Sequenz von hintereinander stehenden Buchstaben sein, die also auf unterschiedlichen Positionen vorkommen können. Diese Typen von Gruppierungen werden unterschiedlich vorgenommen und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Was meint man mit dem Gruppieren von Alternativen auf einer Position? Die beiden Strings Improves und Improved unterscheiden sich an derselben Stelle, nämlich in der Position hinter dem String Improve. Also dort, wo das S steht für Improves oder das D für Improved. Alternativen auf dieser Position werden mit einer eckigen Klammer zusammengefasst. Diese eckige Klammer fasst also eine Klasse oder eine Auswahl von Buchstaben zusammen, die genau an dieser einen Position stehen können. Um eckige Klammern einzugeben, drücken Sie auf Mac-Tastaturen Alt plus 5 für die öffnende Klammer sowie Alt plus 6 für die schließende Klammer. Und auf Windows-Tastaturen ist es die Kombination aus Alt-Gr und den Tasten 8 bzw. 9. Wenn wir das für CQP Suche nach dem String Improve, gefolgt von einem S oder einem D. Und wenn wir das so machen, dann finden sich 158 Treffer, also viel weniger als die 312 Treffer, die wir vorhin gefunden haben, mit diesen Ausdrücken, mit den Fragezeichen. Was ist passiert? Für die Antwort müssen wir uns ansehen, was gefunden wurde und was nicht. Denn wenn wir die Anfrage so stellen, dann werden offenbar nur Improves und Improved gefunden. Warum? Naja, weil wir nicht gesagt haben, dass die Gruppe in eckigen Klammern optional ist. Das heißt, CQP gibt auch nur Strings zurück, die aus Improved oder Improves bestehen. Erinnern wir uns also an das Fragezeichen, das wir verwenden, um ein Zeichen als optional zu markieren. Und erinnern wir uns außerdem daran, dass sich das Fragezeichen immer auf das vorherige Zeichen bezieht. Nun könnte man denken, dass man das Fragezeichen hinter das D und dann noch hinter das S setzen müsste. Aber dann hätten wir relativ wenig gewonnen und das funktioniert auch nicht. Aber das können Sie auch mal ausprobieren. Wenn wir also den Inhalt der Klammer als optional markieren wollen, dann setzen wir das Fragezeichen hinter die Klammer. Das heißt, im Umkehrschluss offenbart, dass sich ein Fragezeichen entweder auf ein einzelnes Zeichen bezieht, nämlich wenn es hinter einem einzelnen Zeichen steht, oder es bezieht sich auf eine Gruppe von Zeichen, nämlich wenn es hinter einer Gruppe von Zeichen steht. Wenn wir die Anfrage also so formulieren, also mit dem Fragezeichen außerhalb der Klammer, dann finden wir auch wieder die 312 Treffer inklusive der unflektierten Belege für den String improve. Das heißt, die eckige Klammer bezieht sich also auf eine bestimmte Position in einem String, fasst also eine Klasse von Elementen zusammen, die genau in dieser einen Position stehen kann oder könnte. Die andere Form des Gruppierens ist, Sequenzen zusammenzufassen. Das heißt, wenn wir mit dieser Anfrage auch die Ing-Form finden wollen, dann sehen wir, dass ing eine Buchstabenfolge ist, also anders als s und d die Alternativen sind, ist ing eine Buchstabenfolge, in der i, n und g hintereinander stehen. Das heißt, keine Alternativen auf einer einzelnen Position sind. Sequenzen wie diese muss man natürlich auch anders zusammenfassen und das macht man mit runden Klammern. Also machen wir hier das mal, indem wir die vorherige Abfrage neu aufrufen und modifizieren und eine runde Klammer mit dem Inhalt i, n und g hinzufügen. Und weil wir immer noch alle Formen finden wollen, ist auch in diesem Fall die Sequenz optional und auch hier setzen wir dafür das Fragezeichen ein und auch hier setzen wir es hinter die Gruppierung. Denn auch bei runden Klammern bezieht sich die Optionalität, also das Fragezeichen, auf die gesamte Klammer bzw. ihren Inhalt. Machen wir das, finden wir wieder die 312 Treffer von vorhin, weil natürlich das e weiterhin nicht als optional markiert ist und müssen das also noch ändern. Hier können wir auch nicht weiter vereinfachen. Das heißt zusammenfassen, dass diese beiden Anfragen exakt das gleiche bedeuten und auch das gleiche Ergebnis liefern. Das heißt, sie wirken jetzt vielleicht nicht unbedingt kürzer, aber auf jeden Fall aufgeräumter und übersichtlicher, weil man genau weiß, was zusammengehört. Wir haben auch zweierlei gelernt, nämlich erstens gibt es sehr oft mehr als einen Weg, um zum Ziel zu kommen und zum Zweiten haben wir sehr nützliche Klammerausdrücke kennengelernt, die wir auch später noch einsetzen werden. Das heißt, probieren Sie zur Übung einfach mal ein bisschen aus, gerne natürlich auch mit Ihren eigenen Wörtern und Wortformen.